Der Mensch interessiert mich speziell fest, weil das, was unserem Sein und unserem Wissen als Grund liegt, sind extrem simple Prozesse, die im Körper stattfinden. Ich finde es extrem faszinierend, wie so etwas Einfaches sich nachher zu so etwas Komplexes zusammenfügen kann. Ich bin Michelle Rueck, ich bin 24 und ich studiere Maschinenbau mit der Spezialisierung Biomedical Engineering. In meiner Bachelorarbeit habe ich eine spezialisierte Wundauflage mitentwickelt, die die Wundheilung bei Diabetika verbessern kann. Für die Zukunft für meinen Job ist es wichtig, dass es etwas ist, was mir Spass macht und vor allem, dass ich etwas damit bewirken kann, dass ich den Menschen helfen kann. Das ESOP für mich ist einerseits ein extrem grosses Kompliment und auch eine Bestätigung für meine Leistungen, für das, was ich bis jetzt gemacht habe, für das Studium. Und es hat auch andererseits auch mein Selbstvertrauen einen Boost gegeben. Es ist eine extrem schöne Anerkennung. Das ist eine Art Basis im Überschuss. Es ist eine